Wale, mysteriöse Kreaturen der Tiefe. Wale, Bartenwale, Zahnwale, Delfine, Tümmler, mehr als 80 Arten leben in den Ozeanen unseres Planeten. Und von jeher haben sie unsere Fantasie beflügelt. Wir haben sogar die Gesänge der Buckelwale zusammen mit unseren in den Weltraum geschickt. Ich glaube, der Wal ist für uns eine Ikone. Sie sind die größten Säugetiere unserer Erde. Sie sind intelligent und sie singen. Es ist wirklich unglaublich, dass es immer noch Länder gibt, die diese Tiere abschlachten. Tiere, deren Anzahl auf einen kritischen Punkt zurückgegangen ist. Ich denke, dass der Großteil der Weltbevölkerung die Wale als etwas Besonderes betrachtet und sie unter Schutz stellen möchte. Aber für einige sind Wale nur eine weitere Nahrungsquelle. Für uns sind Wale eine Ressource wie Fisch und anderes Meeresgetier. Sollten die Bestände eines Tages erschöpft oder vom Aussterben bedroht sein, sollten sie unter Schutz gestellt werden. Aber solange es reichlich Wale gibt, und das ist der Fall, sollten sie genutzt werden. Nach mehr als 400 Jahren extensiver kommerzieller Ausbeutung ist die Debatte über die Zukunft der Wale in vollem Gange. Ist es schon so weit, dass wir den letzten Giganten der Meere wieder den Krieg erklären wollen? Der kommerzielle Walfang Die Walfang begann 1879 mit der Erfindung der Harpune. Mit zunehmender Verbesserung der Fangmethoden erreichte die Ausbeutung der Walbestände ein nie gekanntes Ausmaß. Im letzten Jahrhundert wurden mehr als 2 Millionen Wale erlegt und über 100 Millionen Tonnen Walspeck verarbeitet. Jahrzehntelang haben die Walfangflotten von Großbritannien, den USA, Russland, Japan und Norwegen die Weltmeere auf der Suche nach Profit durchstreift. Aber nahezu alle Industrieländer wie Kanada, Island, Frankreich, Australien und Neuseeland haben eine Rolle beim Abschlachten von Walen gespielt. In unseren Lampen brannte Waltran und das Walöl schmierte die Maschinen der industriellen Revolution. Von Korsetts bis zur Margarine. Walprodukte waren lange ein Teil unseres täglichen Lebens. Die ungehemmte Ausbeutung der Bestände hatte für einige Arten katastrophale Folgen. Der Glattwal, eine in Küstennähe lebende Art, war langsam und leicht zu erlegen. Der Glattwal ging nicht unter, wenn er hapoliert wurde. Ein unschätzbarer Vorteil zur Zeit der ersten Walfänger. Im 19. Jahrhundert brauchten die nordamerikanischen Walfänger weniger als 70 Jahre, um mehr als 190.000 von ihnen zu erlegen. 1935 wurde die Jagd auf sie verboten. Fast zu spät. Denn zwei Jahre später wurde ihre Population im Nordatlantik auf nur mehr 100 Exemplare geschätzt. Jetzt, nach mehr als 70 Jahren Fangverbot, leben höchstens 350 Glattwale im Nordatlantik. Nachdem sie den Glattwal fast völlig ausgerottet hatten, wandten sich die Walfänger einer anderen Spezies zu, dem Buckelwal. Es wird angenommen, dass es im 19. Jahrhundert ca. 125.000 Exemplare gab. Innerhalb von 100 Jahren wurden 95% von ihnen getötet. Einige tausend Tiere schafften es bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts und nach und nach erholen sich die Bestände. Ihre heutige Zahl wird auf ca. 30.000 geschätzt. Mit zunehmender Perfektionierung der Fangtechnik war es den Walfängern möglich, auch Jagd auf schnellere Walarten wie den Finnwal zu machen. Dieser Windhund der Meere, so sein Spitzname, erreichte eine Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern, schneller als die meisten Schiffe. Aber bald war die Reihe auch an ihm und er wurde auf der ganzen Welt gejagt. Aber es war das größte Tier der Erde, der Blauwal, das zum Symbol für den Irrsinn des Walfangs wurde. Bis zu 30 Meter lang, 100 Tonnen Kraft und Anmut. Vor Beginn des kommerziellen Walfangs gab es um die 350.000 Blauwale in den Ozeanen unserer Erde. Nach 1960 waren 99% von ihnen verschwunden. Richard Sears ist ein Spezialist für Blauwale. Seit 25 Jahren durchstreift er die Weltmeere, um mehr über diese scheuen Riesen zu lernen. Nichts. Richard verbringt den Winter in Baja California mit den pazifischen Blauwalen. Wissenschaftler schätzen die Population im Pazifik auf ungefähr 3000 Tiere. Durch Luftaufnahmen und Richards' Fotoidentifikationen können die Forscher die Anzahl der Wale innerhalb eines Gebiets bestimmen. Leider wissen wir selbst nach Jahren der Forschung nur sehr wenig über die Wanderrouten der Blauwale. Wir wissen nur, dass sie mit ihrer 6 Meter breiten Schwanzflosse sehr weite Wege zurücklegen. Die Weltmeere sind ein riesiges Gebiet. Mithilfe von Peilsendern und durch Auswertung von Hunderttausenden von Luftaufnahmen können wir mittlerweile einige ihrer Verbreitungsgebiete eingrenzen. Richard Sears forscht hauptsächlich im Nordatlantik. Hier leben ca. 1500 Blauwale. Nach 25 Jahren im St. Lawrence-Golf zahlt sich Richards Mühe aus. Seine Arbeit half, die hiesigen Blauwale, die sich von jenen bei Island unterscheiden, auf die Liste der bedrohten Tierarten in Kanada zu bringen. Die Muster auf den Rücken der Wale sind wie Fingerabdrücke, die den Forschern helfen, einzelne Exemplare zu identifizieren. Ein wichtiger Schritt, um mehr über ihr Verhalten zu lernen. Einmal fotografiert wird jeder Wal mit einem Namen und einer Nummer versehen. Ich glaube, dass ich das Tier schon 1985 getroffen habe. Ich habe mir schon immer gedacht, dass wir die Muster und Flecken auf ihren Rücken und Flanken einmal würden benutzen können. Aber zuerst mussten wir herausfinden, ob sich die Muster im Lauf der Jahre verändern. Zum Glück ist das nicht der Fall. Zwei Male auf der Rückenflosse und eine starke Marmorierung. Das ist eine wirklich sichere Methode, die Blauwale zu identifizieren. Haben wir ein gutes Foto, können wir bestimmen, welches Tier das ist. Für das Exemplar haben wir zwei Jahre hinzugefügt. Dann sind das jetzt 16 Jahre. Man nimmt an, dass es vor den Zeiten des Walfangs zwischen 300.000 und 350.000 Blauwale auf unserem Planeten gab. Jetzt sind noch 4.000 oder 5.000 übrig. Das ist sehr wenig und natürlich ist der Walfang schuld. Und natürlich wurde das durch den Walfang schuld. Nachdem sie die meisten Meere leer harponiert hatten, gab es nur noch einen Ort für die Walfänger. Die Antarktis. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts lebten die Wale halbwegs sicher in den Gefilden um den Südpol. Aber dann fielen auch sie dem unersättlichen Hunger nach Öl zum Opfer. Jetzt durchkreuzten mächtige Schiffe die eisige antarktische See. Auf Deception Island kann man noch die Überreste einer Walfangstation besichtigen. Scooby Pie ist ein Walfanghistoriker. Deception Island war das Zentrum der Walindustrie auf den südlichen Shetland-Inseln. Das ist der Rückenwirbel eines Wals, oder? Eher ein Teil des Schädels. Ja, das ist ein Teil des Kiefers. Der massive Rückgang der Walbestände in der nördlichen Hemisphäre trieb die Walfänger in die Antarktis. Sie hatten die Wale im Norden fast ausgerottet, aber nichts dadurch gelernt. Sie kamen hierher und taten genau das Gleiche. Der kommerzielle Walfang wurde zu einem einzigen Gemetzel. Die immer ausgefeilteren Fangtechniken ließen dem größten Säugetier unseres Planeten keine Chance. Die Methoden waren brutal. Oft brauchte es mehrere Versuche, bis ein Wal erlegt war. Die Walfänger pumpten Luft in die Lungen der toten Wale, damit sie nicht untergingen. Dann schleppten sie sie an Land zur Weiterverarbeitung. Allein 1930 und 31 wurden jährlich 30.000 Blauwale getötet. Wohlgemerkt, das sind nur die Blauwale. Und trotzdem wusste man kaum etwas über die Biologie dieser Tiere. Erst jetzt lernen wir sie wirklich kennen. Sie wollten hier eine dauerhafte Industrie etablieren, aber die Fangflotten wurden immer grösser und die Wale immer weniger. Der übliche Verlauf. Also benutzten sie immer schnellere Boote, um immer weniger Wale zu jagen. Am Schluss war es ein Nullsummenspiel. Es ist schwer, die genaue Anzahl der getöteten Wale zu bestimmen. Die Statistiken zeigen, dass einige Länder, wie zum Beispiel die Sowjetunion, die entsprechenden Dokumente fälschten, um die zulässige Fangquote zu umgehen. Aus einem Blauwal konnten 120 Barrel Öl gewonnen werden. Das größte Exemplar, das je gefangen wurde, war fast 35 Meter lang. Als die Anzahl der großen Wale drastisch zurückging, wurden die kleineren Spezies gejagt. Während des Sommers 1962 wurden hier mehr als 66.000 Wale getötet. Das hier könnte man die zweite Phase des Walfangs nennen. Die Wale wurden hier angelandet, dann aufgeschnitten und zerlegt. Der Walspeck wurde ausgekocht, um das Öl zu gewinnen. Und aus dem Fleisch wurde Hunde- und Katzenfutter hergestellt. Tierfutter, ja. Die Menschen haben das Fleisch nicht gegessen? Sie haben es versucht, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Nachdem sie mehr als zwei Millionen Wale getötet hatten und diese immer seltener wurden, beschlossen die Walfangnationen, den Walfang zu kontrollieren. 1946 wurde die IWC, die Internationale Walfangkommission, gegründet. Aber selbst das führte zu keiner effektiven Regulierung. In den 1970er Jahren, fast zu spät, begannen die Menschen gegen den Walfang zu demonstrieren. Die Umweltschützer in London fordern die Sowjetunion und Japan auf, das Töten von Walen zu beenden. Dies sind die einzigen Länder, die ständige Walfangflotten unterhalten. 95 Prozent der 26.000 getöteten Wale pro Jahr gehen auf das Konto dieser beiden Nationen. Aber es gibt keine Anzeichen für ein Einlenken der Verantwortlichen. Nach einwöchiger Tagung tritt heute die Internationale Walfangkommission zu ihrer letzten Sitzung zusammen. Ziel ist es, verbindliche Fangquoten für die nächste Saison festzulegen. Als die angereisten Demonstranten erfuhren, dass die Quote nur minimal gesenkt werden soll, stürmten sie den Sitzungssaal. Sie trugen Transparente, auf denen sie russische und japanische Walfangflotten aufs Schärfste verurteilten, weil auf diese jährlich mindestens 80 Prozent der gefangenen Wale entfallen. Darüber hinaus forderten sie ein absolutes Fangverbot. Ein Vertreter der japanischen Delegation wurde von einigen Demonstranten mit Tierblut übergossen. Die wütenden Demonstrationen, der Druck der Umweltaktivisten und neue naturbewusstere IWC-Mitglieder setzten 1986 ein weltweites Moratorium des kommerziellen Walfangs durch. Ursprünglich als zeitlich befristete Maßnahme gedacht, ist es heute dank einer hauchdünnen Mehrheit immer noch in Kraft. Weniger als 60 Länder sind Mitglied der IWC. Es ist die einzige anerkannte Organisation zum Schutz der Wale und in der Frage des Walfangverbotes tief gespalten. Yochi Morishita, japanischer Delegierter bei der IWC. Wir haben herausgefunden, dass der Intelligenzgrad der großen Wale ungefähr dem einer Kuh entspricht. Wenn man also sagt, dass Wale besonders intelligent sind, so trifft dies auch auf Kühe zu. Kate Sanderson, Delegierte der Faroea-Inseln. Durch die modernen Medien wissen die Menschen heute mehr über das Töten von Tieren zur Nahrungsgewinnung. Und natürlich löst die Kenntnis von den Methoden der Waltötung Besorgnis aus. Aber machen sich die Menschen bewusst, was täglich in den Schlachthäusern und in der Massentierhaltung geschieht? In den letzten 15, 20 Jahren ist die Jagd auf die großen Wale durch den Einsatz von Explosivgeschossen wesentlich effizienter geworden. Christian Loftson, ehemaliger Walfänger aus Island. Der Walfang in Island ist nichts. Für uns unterscheidet er sich nicht vom normalen Fischfang. Man nutzt die Ressourcen auf nachhaltige Weise. Das ist alles. Eugène Lapointe ist Präsident der Walfang-Lobbyisten-Vereinigung World Conservation Trust. Die Wale werden doch sehr vermenschlicht, was wiederum diejenigen, die es wagen, Wale zu jagen, auf gewisse Weise entmenschlicht. Menschliche Wertvorstellungen wurden einfach auf Wale übertragen, mit dem Resultat, dass sie beinahe wie Götter verehrt werden und Götter sind eben heilig. Dr. Susan Lieberman, Direktorin des Artenschutzprogramms des WWF. Es besteht mittlerweile die Gefahr, dass das 1986 verabschiedete und umgesetzte Walfang-Moratorium aufgehoben wird. Wir sind darüber sehr besorgt, obwohl das Moratorium garantiert, dass kein Walfang stattfindet. Japan, Norwegen und Island gehen immer noch auf Waljagd. Der kommerzielle Walfang, den wir heute auf den Weltmeeren beobachten, wird trotz des IWC-Moratoriums fortgesetzt. Norwegen behauptet, dass es nur eingeschränkten Walfang betreibt. Japan und Island jagen Wale angeblich aus wissenschaftlichen Gründen. Die Jagd auf Wale wurde niemals eingestellt. Aber die meisten Länder, die früher auf Walfang gingen, haben ihre Einstellung geändert. Staaten wie die USA, Großbritannien, Frankreich, Australien und Neuseeland sind jetzt Walbeschützer. Mehrere Nationen haben, wie zum Beispiel Kanada, nur Beobachterstatus bei der IWC. Kanada bezieht keinerlei Position hinsichtlich des wissenschaftlichen Walfangs. Die Regeln der IWC erlaubt es Ländern, die ihre eigenen wissenschaftlichen Studien durchführen wollen, selbst entsprechende Genehmigungen und Quoten zu vergeben. Staaten, die die isländische und japanische Position unterstützen, halten diese Studien für gerechtfertigt und notwendig. Andere Nationen halten den sogenannten wissenschaftlichen Walfang für reine Heuchelei. Die Altersbestimmung ist ein grundlegender und sehr wichtiger Parameter der Bestandserfassung. Aber nur bei toten Tieren kann man das Alter genau bestimmen. Man muss nämlich aus dem Kopf der Wale einen Teil des Ohres entnehmen. Das ist der verlässlichste Weg zur Altersbestimmung. Durch Beobachtung findet man vielleicht heraus, was sie fressen. Das ist aber auch alles. Durch unsere Studien können wir hingegen sagen, was, wie viel und wann und wo sie fressen. Diese Informationen sind notwendig zur Beurteilung der Walfangfrage. Es geht nicht darum, ob sie dies fressen oder das. Es braucht dazu schon verfeinerte Methoden. Jean-Georges Maudon, französischer Evizierdelegierte. Jedes Jahr werden Anträge auf Erhöhung der Fangquote für den wissenschaftlichen Walfang gestellt. Diese Anträge sprechen von bis zu 1000 Exemplaren. Wir denken, dass es nicht notwendig ist, 1000 Wale zu töten, um ihren Mageninhalt zu überprüfen. Oder um zu erfahren, welchen Wanderrouten sie folgen, wie ihr Verhalten ist, was ihre bevorzugten Aufenthaltsgebiete sind, etc. Wir glauben, dass diese Gründe nur dazu dienen, denen nennen wir das Kind doch beim Namen. Es geht um kommerzielle Ausbeutung. Das Fleisch der Wale wird verkauft und es wird verzehrt. Deswegen lehnen wir diese Anträge ab. Anti-Walfang-Nationen und entsprechende Nichtregierungsorganisationen behaupten des Öfteren, dass unser wissenschaftliches Walfangprogramm in Wahrheit ein kommerzielles Unterfangen ist, da wir das anfallende Walfleisch nach der wissenschaftlichen Auswertung verkaufen. Aber das ist nicht zutreffend. Vielmehr tun wir genau das, was die internationalen Abkommen von uns fordern, nämlich keine wertvollen Ressourcen zu verschwenden, die bei der Forschung übrig bleiben. Wir bewegen uns also absolut innerhalb der rechtlichen Anforderungen der IWC. Die Regeln der Kommission verlangen, dass die 2500 Tonnen Walfleisch, die jährlich anfallen, verbraucht werden müssen. Japan verkauft dieses Fleisch und unterstützt mit dem Gewinn, der sich auf ca. 30 Millionen US-Dollar pro Jahr beläuft, sein Walfangprogramm. Chris Carter, Delegierter aus Neuseeland. Neuseelands Position ist unmissverständlich. Es gibt Gemügensmethoden, Wale zu studieren, ohne sie zu töten. Mit wissenschaftlicher Technik, durch Beobachtung und mit Mikrochips. Das alles ohne einen einzigen Wal zu verletzen. Wir in Neuseeland akzeptieren das Töten von Walen zu Studienzwecken nicht. Um die Beschränkungen des internationalen Walfangmoratoriums zu umgehen, hat Japan ein sogenanntes wissenschaftliches Walfangprogramm ins Leben gerufen. Das bedeutet, sie töten Wale zu Forschungszwecken. Aber das ist keine Forschung. Kein einziges Forschungsergebnis dieses in Anführungsstrichen wissenschaftlichen Programms wurde je in einem Fachmagazin veröffentlicht. Echte Wissenschaftler veröffentlichen ihre Arbeiten und lassen sie von Kollegen begutachten. Das ist keine ernstzunehmende Forschung. Das ist kommerzieller Walfang. Das Fleisch wird verkauft und die japanische Regierung subventioniert das Programm. Aber es ist keine Forschung. Frederick O'Regan, Präsident des International Fund for Animal Welfare. 20.000 Wale wurden seit Inkrafttreten des Moratoriums getötet. Es gibt eine Menge Schlupflöcher wie wissenschaftlichen Walfang, Ausnahmen und so weiter. Niemand braucht diese Produkte noch. In unseren Lampen brennt kein Wahlöl mehr wie noch 1860. Es kann doch nicht nur um die Frage gehen, ab welchem Grad der Ausbeutung die Ausrottung beginnt. Vielmehr sollten wir uns unserer eigentlichen Aufgabe bewusst werden, dass wir nämlich die Hüter des Lebens dieses Planeten sind. Jedes Jahr fordern Japan und Island höhere Fangquoten. Im Namen der Wissenschaft erlegen diese beiden Nationen jedes Jahr ca. 1000 Wale. Hauptsächlich Mink- und Finnwale, sowie Brüde und Pottwale. Norwegen besitzt eine Ausnahmegenehmigung für die Waljagd vor seinen eigenen Küsten. Auf den Faröer Inseln werden jährlich hunderte von Pilotwalen erlegt. Diese Art fällt nicht unter die IWC-Regeln. Für Delfine, Tümmler und andere kleine Walarten gibt es überhaupt keine Fangbeschränkungen. Dort, wo der Walfang Teil einer eingeborenen Kultur ist, wird er auch von Wissenschaftlern und Schutzorganisationen akzeptiert. In der westlichen Arktis wird der Grönlandwal gejagt. Wissenschaftler und Inuit arbeiten hier zusammen, um einen nachhaltigen Walfang zu gewährleisten. In Point Barrow, einem Dorf in Alaska, wird der Fang des ersten Grönlandwals der Herbstsaison gefeiert. Der erste Wal in diesem Herbst. Der Held des Tages ist ein junger Harponier. Er hat heute seinen ersten Wal erlegt. Es ist ein junger Grönlandwal, vier oder fünf Jahre alt. Klein, ja. Die Kleinen schmecken am besten. Zart und saftig. Jeder wird ein schönes Stück Muktuk haben wollen. Das will keiner verpassen. Okay, let's go in the morning! Der Käpt'n, der den Wal gefangen hat. Seine Familie und die gesamte Besatzung werden morgen für die ganze Gemeinde kochen. Das Fleisch reicht für zwei bis dreitausend Portionen. Suck dir! Over there! Suck dir! Jeder kriegt einen Anteil. Kein Problem. Die Leute hier oben teilen einfach alles. Morgen, nach dem Kochen, bringen sie den Alpen das Essen. Der kleine Wal wird morgen ganz aufgegessen. Die weitreichende Akzeptanz des nachhaltigen Walfangs durch Ureinwohner liefert allerdings auch Japan einen Grund, höhere Fangquoten zu fordern, da es in den dortigen Küstenregionen angeblich eine alte Walfang-Tradition gibt. Die IWC erlaubt es verschiedenen eingeborenen Kulturen, ihre Walfang-Traditionen zu pflegen, trotz des Moratoriums für den kommerziellen Walfang. Japanische Küstengemeinden haben ebenfalls entsprechende Genehmigungen beantragt. Diese wurden allerdings nicht erteilt. Wir haben den Eindruck, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Es wurde mehrfach unter Beweis gestellt, dass die japanischen Küstengemeinden eine ganz ähnliche kulturelle und sozioökonomische Vergangenheit haben wie diese Urbewohner. Deswegen ist diese Ablehnung äußerst frustrierend. Die Kommission unterscheidet zwischen der Walfang-Tradition der verschiedenen Ureinwohner und der Durchführung kommerziellen Walfangs. Aber wenn wir uns in die Lage der Wale versetzen, so würde es uns egal sein, aus welchem Grund wir getötet werden. Wir würden auch eine nachhaltige, traditionelle Ausbeutung ablehnen. Manche sagen, dass für ein reiches Land wie Japan keine Notwendigkeit besteht, Walfang zu betreiben, da andere Nahrungsquellen und tierisches Protein überall zur Verfügung stehen. Und es stimmt, der Anteil von Walfleisch am heutigen Nahrungsangebot ist zurückgegangen. Aber nicht, weil es keine Nachfrage mehr gäbe, sondern wegen des Moratoriums. Die Zufuhr an Walfleisch ist gering, aber viele Menschen essen es gern. Schließlich ist der Verzehr seit Jahrtausenden Teil unserer Kultur. Japan betreibt seinen kommerziellen Walfang nicht, um die Versorgung der Bevölkerung mit tierischem Eiweiß zu gewährleisten. Im Gegensatz zu der Jagd aus Existenzgründen, der die Inuit und die Völker der Arktis und Alaskas nachgehen. Das ist etwas ganz anderes. Ich wüsste nicht, wie man heutzutage kommerziellen Walfang rechtfertigen könnte. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden die Wale dadurch fast ausgerottet. Davon haben sich die Wahlpopulationen noch nicht einmal annähernd wieder erholt. Anders gesagt, für eine bestimmte Gruppe von Ländern, die über die Mehrheit in der IWC verfügen, ist es ein Verbrechen, wieder die Natur, Walfleisch zu essen. Das riecht ein wenig nach Rassismus, wenn eine Gruppe der anderen ihre eigenen Wertvorstellungen aufzwingen möchte. Besonders, wenn die andere Gruppe nur verlangt, dass ihre Kultur und ihre Tradition respektiert werden. Vielleicht sollten wir uns angesichts endloser politischer und wirtschaftlicher Diskussionen lieber einmal fragen, welche Beziehung wir als Menschen eigentlich zu diesen Wesen haben wollen. Bei allen unterschiedlichen Wertvorstellungen und den daraus resultierenden Auseinandersetzungen stellt sich die Frage, welche Zukunft haben die Wale? Ausgerechnet die Tatsache, dass sich einige Walpopulationen langsam erholen, könnte eher verderben sein. Sind Wale einfach eine weitere Nahrungsquelle für uns? Wie können wir sicherstellen, nicht immer wieder die gleichen Fehler zu begehen? Manche sagen, dass wir wieder völlig unkontrolliert Wale erlegen würden, wenn der Walfang wieder erlaubt werden würde. Aber ich bin sicher, dass das nicht passieren würde, angesichts unserer heutigen Erkenntnisse und unserer fortschrittlichen Fangmethoden. In der Vergangenheit hatten wir keine wissenschaftlichen Rezepte oder Satellitenüberwachung von Fangschiffen. Es gab auch keine DNS-Analysen, die es uns erlauben, sogar einzelne Wale zu identifizieren. All diese Mittel und auch die Transparenz von Wal- und Fischfangaktivitäten würden einen Rückfall in altes Fehlverhalten verhindern. Außerdem wurden die Wale früher wegen ihres Öls gejagt. Es gibt heutzutage aber überhaupt keine Nachfrage nach diesem Öl. Das Einzige, worum es geht, ist das Walfleisch. Und wir Japaner können nicht alle Wale aufessen. Die durch die Walfang-Nationen am häufigsten erlegte Wal-Art ist der Mink-Wal, der kleinste und am weitesten verbreitete Barton-Wal. Wegen ihrer großen Anzahl werden sie von einigen japanischen Repräsentanten Küchenschaben der Meere genannt. Die von japanischen Wissenschaftlern angenommene Anzahl an Mink-Walen unterscheidet sich deutlich von der anderer Forscher. Wie viele Exemplare es tatsächlich gibt, hängt davon ab, mit wem man spricht. Die Schätzungen reichen von 450.000 bis 750.000. Einige meinen, dass es möglich wäre, beides zu haben. Nachhaltige Bewahrung und nachhaltige Bewirtschaftung der Wahlpopulationen. Aber selbst die heutige Wissenschaft weiss nicht, wie viele Wale es tatsächlich gibt. Der japanische Delegierte meint, dass die Anzahl der Mink-Wale von heute 750.000 auf 450.000 bis 500.000 reduziert werden könnte und dass das keinen Unterschied machen würde. Für mich ist das ein Unterschied. Nämlich ein Drittel weniger Mink-Wale. Da wir aber ihre genaue Zahl nicht kennen, sehe ich keinen Weg, über die Wiedereinführung des Wahlfangs auch nur nachzudecken. Wir wissen einfach noch zu wenig. Und aus diesem Grunde sollten wir sehr vorsichtig sein. Der wissenschaftliche Disput über die tatsächliche Höhe der Wahlpopulationen führt dazu, dass sich die Wahlschützer vorwiegend an die vorsichtigen Schätzungen halten. Für die Walfang-Nationen ist der Wahl einfach eine weitere Nahrungsquelle. Der Norweger Rune Forvik von der High North Alliance. Es ist nicht leicht zu akzeptieren, dass wir töten müssen, um Nahrung zu erzeugen, seien es nun Rinder, Lämmer, Schweine oder Hühner. Aber die meisten Menschen lernen das von klein auf und akzeptieren es. Und wir sehen keinen Unterschied darin, einerseits Rinder und Fisch und andererseits Wale zu essen. Ein häufiges Argument für die Wiederaufnahme des kommerziellen Wahlfangs ist die Annahme, dass die Wale mit uns in direktem Wettbewerb um die Fischressourcen unseres Planeten stehen. Wir können den Zusammenhang zwischen Walen und der Fischerei nicht ignorieren, denn hier geht es um große Maßstäbe. Durch unsere Studien wissen wir, dass einige Walarten in unseren Küstengewässern riesige Mengen an Fisch vertilgen. Buckelwale ernähren sich von Heringen, Sardinen und anderen kleinen Fischen. Was für die einen ein Teil des natürlichen Gleichgewichts ist, ist für die anderen ein gieriger Konkurrent um schwindende Fischbestände. Fischbestände Wir müssen wirtschaftlich mit unseren Beständen an Meerestieren umgehen. Wie wollen wir heute und morgen mit Fischerei und Walfang unsere Nahrungsgrundlage sicherstellen? Die Versorgung mit Nahrungsmitteln ist eine der größten Herausforderungen, der sich die Weltbevölkerung heute stellen muss. Immer mehr Menschen müssen mit immer mehr Nahrung versorgt werden. Der Walfang ist ein ökologischer und vernünftiger Weg zur Nahrungsproduktion. Wir schöpfen einfach nur den Überschuss der Natur ab. Als Biologin sehe ich nicht, wie man den Walfang im 21. Jahrhundert rechtfertigen könnte. Auch Japan bedient mit seinem kommerziellen Walfang keine lebenswichtigen Bedürfnisse der Bevölkerung. Es gibt genügend Fisch, auch wenn die Überfischung der Weltmeere ein großes Problem ist, um das Bedürfnis nach Protein zu befriedigen. Ein Fischer in Neufundland sagte mir einmal, dass er die Umweltschützer für komplett verrückt halte. Er sagte, sie wollen nicht, dass ich Seehunde oder Wale esse. Aber wenn sie mich das tun lassen würden, würde ich weniger Fisch essen. Und es gäbe auch weniger Wale und Seehunde, die Fisch fressen. Damit wäre doch jedem gedient. Schon in der Vergangenheit hat der Mangel an Wissen zu zahlreichen Fehlentscheidungen geführt. Zum Beispiel an der St. Lawrence-Mündung. Weil man glaubte, dass der Beluga-Wald zu viele Lachse frisst, setzte man einen Preis auf seinen Kopf aus und zahlte den Fischern eine Prämie für jedes erlegte Exemplar. Heute gibt es in diesem Gebiet nur noch etwa 100 Exemplare. Heute wissen wir, dass die Belugas sich nicht von Lachsen ernähren, sondern hauptsächlich von kleinen Fischen, Krustentieren und Aalen. Obwohl sie hier nun unter Artenschutz stehen, ist ihre Zukunft ungewiss. Am Ufer findet man jetzt häufig tote Belugas. Orthopsien ergaben, dass die meisten von ihnen an Krebs gestorben waren. Vergleichbar schwere Krebserkrankungen wurden noch bei keinem anderen Wildtier festgestellt. Die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien in den 1980er Jahren waren alarmierend und warnten vor einer Krise der küstennahen Ökosysteme. Wale stehen wie der Mensch an der Spitze der Nahrungskette. In ihrem Speck sammeln sich all die Schadstoffe, die sie mit ihrer Nahrung aufnehmen. Auch andere Tierarten des St. Lawrence Stroms weisen erschreckend hohe Konzentrationen an giftigen Chemikalien auf. Richard Sears untersucht anlässlich seiner Studie über die hiesige Blauwal-Population den Grad der Kontamination eines jeden Wahlexemplares. Mithilfe eines Pfeils mit hohler Spitze nimmt er Hautproben von den Tieren, die er schon fotografiert hat. Richard hat einen Blauwal ausgemacht, den er schon seit 15 Jahren kennt. Er wird eine Probe seiner Haut und seines Specks nähen und diese Proben dann von einem Toxikologielabor untersuchen lassen. Den Pfeil spürt das Tier kaum. Fast hatte ich ihn. Fast erwischt. Ja, aber mit den Bildern, die wir geschossen haben, können wir ihn identifizieren. Okay, ich hab ihn. Der Wal schwimmt darüber. Fahr schon mal los. Ich mach den Pfeil fertig. Die Hautprobe dient zur Bestimmung des Geschlechts des Wals. Und der weiße Walspeck verrät die Konzentration an giftigen Substanzen. Richard hat den Grad der Kontamination zweier verschiedener Blauwal-Populationen verglichen. Die einen leben in der Region um Island, die anderen im St. Lorenz-Golf und in der Nähe der Mündung des gleichnamigen Flusses. Der St. Lorenz-Strom ist direkt mit den großen Seen Nordamerikas verbunden, an deren Ufern das Herz der amerikanischen Industrie schlägt. So, die Probe ist im Kasten. Die Tiere hier in Island weisen eine wesentlich geringere Belastung an Schadstoffen auf, als ihre Artgenossen in der St. Lorenz-Region, deren Kontaminationsgrad schon erschreckend hoch ist. Das ist schon fast pervers, dass man zwei Walpopulationen anhand des Grades ihrer Vergiftung unterscheidet. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum die St. Lorenz-Wale so wenig Nachwuchs haben. Ein Blauwal frisst am Tag bis zu vier Tonnen Krill. Ein Einzelnes dieser Planktonwesen ist nur in geringem Maße schadstoffbelastet. Aber vier Tonnen entsprechen etwa 40 Millionen Exemplaren. In der Masse können diese Tiere also das Maß der aufgenommenen Schadstoffmenge schnell ansteigen lassen. In den letzten 25 Jahren haben Richard und sein Team in dieser Region nur 14 Blauwaljunge zu Gesicht bekommen. Ein weiterer Grund, um die Zukunft der Tiere besorgt zu sein. Die Weitergabe von Schadstoffen durch Muttermilch wurde beim Beluga und beim Menschen schon nachgewiesen. Vielleicht ist die hiesige Verschmutzung des Lebensraumes die Ursache für die niedrige Fortpflanzungsrate der Wale. Das Verschwinden geeigneter Lebensräume ist heutzutage wohl die größte Bedrohung für die Wale. Wale erzeugen Geräusche, um sich zu verständigen, sowie zur Nahrungssuche und Navigation. Die ständig steigende Lärmbelastung und der Einsatz seismischer Explorationsmethoden verändern ständig das vertraute Klangbild in den Weltmeeren. Jedes Jahr sterben hunderttausende von Delfinen und Walen in Fischernetzen oder beim Zusammenstoß mit Schiffen. Und überall auf dem Planeten leiden verschiedene Arten unter dem Schwund geeigneter Lebensräume. Selbst im Südpolarmeer, ihrem letzten Zufluchtsort, werden sie im Namen der Wissenschaft gejagt. Die Zerstörung natürlicher Lebensräume, der Kampf um die schwindenden Ressourcen des Lebensraumes, und die mögliche Wiederaufnahme des kommerziellen Walfangs, all das sind die Bedrohungen, in denen sich Wale heute ausgesetzt sehen. Wird die IWC diesen Herausforderungen gerecht werden? In all den Jahren meines politischen Lebens habe ich keine derart korrupte Organisation wie die IWC erlebt. Die Japaner versuchen auf absolut schamlose Weise, kleinere Nationen durch Hilfslieferungen und Geldgeschenke auf ihre Seite zu ziehen. Das gilt auch für Länder, die am Walfang gar kein Interesse haben und durch Ökotourismus viel höhere Einnahmen erzielen könnten, als durch die Waljagd. Indien? Nein. Irland? Nein. Italien? Nein. Japan? Ja. Kenia? Nein. Die japanische Regierung hat öffentlich zugegeben, dass sie durch Entwicklungshilfe versucht, andere Länder davon zu überzeugen, der IWC beizutreten und im japanischen Sinne abzustimmen. Wir betrachten das mit großer Sorge, denn diese Länder sind mehr arm und könnten leicht der Versuchung unterliegen, für Entwicklungshilfe und andere Leistungen die Zukunft der Wale aufs Spiel zu setzen. Die Auszählung hat folgendes ergeben. 24 Stimmen für den japanischen Antrag, 29 dagegen. Damit ist der Antrag abgelehnt. Der Antrag Japans, das Fangmoratorium für einzelne Wahlarten aufzuheben, wurde dieses Jahr mit knapper Mehrheit abgelehnt. Sollten allerdings weitere walfangbefürwordende Nationen der IWC beitreten, könnte sich das Blatt wenden. Es gibt Länder, die weder walfangbetreiben noch beabsichtigen, dies in der Zukunft zu tun. Und doch in 90 Prozent der Fälle die walfangbefürworter unterstützen. Das ist doch kein Zufall. Japan hat ja auch zugegeben, dass sie ihr Entwicklungshilfeprogramm einsetzen. Wenn es aussieht wie ein Hund und läuft wie ein Hund, dann ist es ein Hund. Die Entwicklungshilfen sind natürlich an ein entsprechendes Verhalten geknüpft. Die Frage ist also nicht, ob es solche Praktiken gibt oder nicht. Das Problem ist, dass dieses Verhalten die IWC allmählich zerstört. Sollte Japan so weitermachen, dann haben sie in ein paar Jahren die Mehrheit in der Kommission. Und dann sieht es schlecht aus für die Wale. Es wäre wünschenswert, wenn die IWC und die hier vertretenen Regierungen sich endlich ernsthaft um den Naturschutz kümmern würden. Und zwar nicht nur um den aktiven Walfang, sondern auch um die ganzen anderen Probleme. Jedes Jahr ertrinken über 300.000 Wale und Delfine als Beifang in den Fischernetzen der Fangschiffe. Das ist eine viel größere Bedrohung für diese Tiere als der Walfang. Dann die Zusammenstöße mit Schiffen, die Vergiftung durch die ins Wasser eingeleiteten Chemikalien. Alle diese Probleme müssen auf den Tisch und multilateral und konstruktiv angegangen werden. Aber das Leben ist hartnäckig. Es gibt immer noch Orte, wo wir es in all seiner Pracht genießen können. Dieser riesige Schwarm Sardinen zieht hunderte Delfine, Buckelwale und braune Pelikane an. Wir teilen uns den Lebensraum unseres Planeten mit zahlreichen anderen Lebewesen, die unserer Welt ihre Schönheit verleihen. Für Millionen von Jahren lebten die Tiere dieser Erde in einem natürlichen Gleichgewicht. Bis das gefährlichste Raubtier aller Zeiten die Bühne des Lebens betrat, der Mensch. Innerhalb der letzten 200 Jahre haben wir uns zur größten Bedrohung für die Natur dieses Planeten entwickelt. Während der letzten 100 Jahre haben wir die Weltmeere regelrecht ausgeplündert. Und obwohl wir das wissen, scheinen wir nichts daraus zu lernen. Und jetzt befinden wir uns zur nächsten Zeit, wo wir den Entscheidungen bringen haben, ist bei conspir Lloyd Gienein. Das Schicksal der Wale ist nur ein Beispiel von vielen. Wir müssen uns fragen, wie viel Raum wir all den anderen Lebewesen lassen wollen, mit denen wir unsere Erde teilen. Die Antwort auf diese Frage wird das Schicksal aller Bewohner dieses Planeten entscheiden. Auch unser eigenes. Das Schicksal aller Bewohner Das Schicksal aller Bewohner Das Schicksal aller Bewohner